dieser wandbehang eine filiarbeit misst 65 auf 43 cm ist original handarbeit aus dem hause jams boutique import vor dem aufhängen sollte der empfänger diese arbeit noch einmal strecken ich empfehle handwäsche in kaltem wasser ohne zusatz da ist im fall ja nur gewaschen wird wenn es verstaubt ist das motiv war eingeweihte klar arabische schrift kennen alle dieses zeichen das ist nicht nur ein zeichen ist es dann haben das ornament habe ich aus einer wurde zeitschrift den schriftzug habe ich selber entworfen aufgrund der bedeutung des namens habe ich mich goldfarbe entschieden material viskose im grundfaden der goldbezug oder goldfarbene goldfarbene umwandlung ist poliamid es war jetzt für mich ein bisschen schwierig das gerade aufzuhängen da ich ja die arbeit nicht beschädigen wollte es wird jedoch nach dem strecken eine schöne gerade arbeit sein das sollte eben der käufer machen vor dem aufhängen es handelt sich hier um einen wand behang natürlich kann es auch als küchenfensterchen oder deko am wohnzimmer fenster benutzt werden aber es ist gedacht als wand behang gerne mal fertig gehe ich auf alle bestellung auch in anderen farben dies gilt für alle meine hand gefertigten sachen wunschfarben je nach vorrätigkeit in meinem fundus oder bei meiner händlerin sind wunschfarben machbar dieses teil hier dieses schöne wand behang hat mich eine woche arbeit gekostet dementsprechend natürlich die wartezeit